Hallo, Leute, jetzt mit besserer Grafik, hoffe ich mal. Wir schnappen Happy Wheels Part 2. Willkommen, Minecraft Girls, Version 3, Finalisierung. Wer hat Minecraft gefunden? Jung, ich glaube, nötig. Sonst, warte, ich will Timmy. Ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Nein, nein. Ich brauche Timmy. So, ich kann ihn. Okay, ich nehme ihn mit. Das ist ein Schimmatier. Nein, 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 nein. Ich wollte immer rüft. Mann, ich schwär mit Timmy. Immer rüft. Ja, nein, nein, nein. Klar, nee. Oh, nein. Nein. Noch mal ganz schnell. Diesen Minecraft Quiz. Minecraft Quiz. Jetzt fallen schnell. Jung. Timmy, bleib da. ja den e gott das lieber man nämlich nicht können und nein nein ja Ja, das ist er nicht. Sag dich so. Lalalalalala. Fühl mich so gemobbt. Dein Ivo. Ah ja. Zum Beispiel unterscheißt jemand an. Hatsch, stopp. Fühl mich gemobbt. Dein Ivo, mein Ivo. Denk nicht. Darf ich das erwähnen? Denk schon. Was ist das? Zombie. Villager, ja. Ich frage mich, wer das wird. Die sind, wer es nicht. Ehm. Ah. Ehm. Kipps auf. Ich habe nicht mal lesen können. Oh. Imposibel. Er passt also. Movin, den Kopf. K Dir ist er nicht passt auch. Ah ich bin. Hey some? Was ist er passiert? Nja. Gut. Ah ich, partner. hm mit zwei bällen gleich bin ich so super ich habe mich zaubern mit zwei Händen. Komisch. Ja. Bin er! Super! Ich bin super mit meinem Power-Man. Oh, die soll der Lücke nicht. Das ist ganz gemein. Hab ich mich getötet? No. Lalalala. 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 Ja, ich rede mal über Minecraft. Muss ich anders sagen. Ja, ich habe neue Updates und alle Mods sind gelöscht worden. Also kein optifine und ich muss die wieder inszenen ah ja ich muss was sein ich bin kein noob und mal kommt justin bieber da und irgendwann mal kommt chuck norris ich weiß es ja ok ja der brenus nicht da will nicht mehr mit machen und wird es mal stinkig siehst du ich wusste dass chuck norris kommt wir haben auch im facebook mit kraft zu können wir haben dann fehler gemacht wir haben statt unterhaltung haben wir film gemacht das tut uns leid aber ich denke das wäre unterhaltung statt film viele gefällt mir wollen wir kriegen ich bin sicher und ja der kommt nicht mehr hat kein bock er will lieber mit jungen jemand anders kann ich dir die black ops 2 zocken lasst ihr mich in stich dann und lass mich einfach so ein stich ist ich bin kein noob ich bin lieber ok statt noob oder ich bin jb mehr na ich bleib nicht bei jb mehr oder ist das bei noob so bei erst bei ok ich bin ja wenn jemand hat niemand gehört nicht nur noch nicht spoilern Michael und die Sprecher er ist nicht zu spüren über die Schmerzen mein Gott mehr Euro wir haben zu so wenig Schämen schon ich bin nicht am liebsten Halt ab. Halt ab, film ich einmal. Oh, wer ist der Eltern? Schiffan. Verst du gerne Schiffan? Ja, so war ich auch gerne Schiff. Machst du gleich noch. Schiffan. 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 Puh. Puh, bravi, Majsta. Schiffan. Geh, weiter. Das war. Ja, mal schauen wir mal an. Bum bum dum dum. Früher musste ich immer so spielen, dass man voll anstrengend ist. Puh. Oh. Da hä? Egal. Warum so'n Level? Ich kapier doch nicht. Dammit. Nein, mein Kind habe ich nicht wieder. Oh no. Weihnachtsmänner! Oh, ich krieg sicher kein Weihnachtsgeschenk. So, um das zu gefährlich. Du kriegst sonst kein Weihnachtsgeschenk wie dein Vater. Ich hab doch immer... Wie, äh, wie, 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 wie… so... mann so knapp immer was du lebst ja noch nicht wenn ich ja vielleicht ganz normal und sich bei sonne mehr bürge geben okay